jo leute hier ist der veggie ja es heißt wieder minecraft und wir haben alles dabei ich denke mal den skrillex den xcani und den aggie ja servus vorgenommen erst mal für unser haupthaus ein bisschen zu farmen und ja es regnet immer noch er wurde gezwungen stein machen das ist doch viel schöner stein 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 eins zwei ich hab dich gerade mit dem schaf anwechselt match ist ein schaf du bist ein schaf was von fest ja also erst mal bäume machen wir machen wir pool party oder party also wie brauchen wir nicht nur brauchen nicht nur balken brauchen auch unbearbeitete solz ne für ever house ja ja hau mal raus wenn du was findest da rein was ist das denn für dicker baum du hast scheiße ich höre irgendwas quicken der baum ist echt verdammt groß da wird es auch schon wieder dunkel das heißt das heißt wir können gar nicht so lange ziehen warum wird es wieder dunkel oder wird gerade wieder hell glaub ich dunkel war gerade hell äh ja blöd da müssen wir wohl einfach überleben aber ich habe eine nachricht königsbläuer jahre rückblick sehen die wissen ja 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 das ist ja hier was ja bitte ja bedankt ja schon interessant so holz abzubauen das haus jetzt schon eine idee wie wir das haus machen können oder schon irgendwas einigermaßen ich hätte bock auf sowas bauernhaus mäßiges bauern hat jemand fleisch von euch ne ich nicht und ist ja mal korrekt wenn wir uns betten holen würden wenn wir was betten betten oh fuck creeper ok ja hier sind überall creeper ey dann lass das mal gerade zurück ich hab gleich mein bett ich bräuchte auch mal was zu essen wär gut komm schon her du trägst wie ey komm schon warum ist das haus so weit weg oh 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 what the fuck ich hab ich hab auch gott buchst die bogenschützen sind das neffigste ah ich sterbe 3 i am sicher hat da jemand kohle ja hab ich weil ich möchte nämlich gern mal glas machen ich bin geboxt hilf mir bitte jemand warte wir helfen wir gucken zu nein nein ich überlebe das ich überlebe das ja weiter geboxt what the fuck what the fuck ich komm nicht in die tür das gelett hat mich gebumst alter stimmt du hast gefeiert nicht denn alter jetzt hab ich nichts ergeben was zu essen ich brauch was zu essen ja kakaobrunken kann man nicht essen nein ich hab fleisch aber ich bin selber voll amt ah ich hab auch fleisch hungern mach mal mach zu oh mein gott ich brauch auch fleisch nein ich hab nur wenig gehen Hühnchen töten ich hab ja aber ich will auch rein sonst hier ne endgelände ey wer hat mein fleisch rausgenommen was macht der denn für ne scheiße wie gemein der nimmt einfach auf der hälfte mein fleisch raus schon interessant grad das nächste stück ist für agi cool dankeschön das hab ich nur für dich geschlachtet das ist ja nett und dazu hab ich auch ein lied geschrieben agiii dieses fleisch ist nur ja ich hab die rausgeworfen ich hab hunger gib mir mal zu essen mach mal den sand wieder rein nein ich hab auch noch fleisch warte kurz ich muss es auch noch kurz machen oh guck mal das gelett das chillt die ganze Zeit vor der Tür tötest kuckuck ich lass das mal rein was was oh schön Enderman ja boah du siehst voll die ganze Zeit aus Enderman ja äh ich hab ich ich na gut kann man spinnenaugenbraten oder so nein ich bin außer Schuss der Hexe lecker spinnenaugen ey ähm wollen wir noch mal ein bisschen weiter nach unten graben jetzt erstmal oder ich geh mal Fleisch fahren ich wollte es nicht machen ich bastel mir mal ein Schwert bastelmeister ein Steinschwert mit dem Steinschwert bin ich immer auf der sicheren Seite der ist alles steinig ja geh weiter in den Runden jo ich muss gerade erstmal noch ein bisschen was bauen hier geh mal auf den komischen Berg da ist ein Zombie vor Zombies hab ich so am wenigsten Angst weil die einfach nur dumm und langsam sind ich komm wieder ins Spiel was mit Zombies zu tun hat was wir zocken voll die Zombie Fanatiker hier so ab nach unten bis schon unten es hat aufgehört zu regnen ja korrekt sehr gut dieses dreckige Rauschen ist nicht mehr da sehr schön es werde Licht oh mein Gott es ist hell ich hab mich erschrocken Agi bei mir ist noch Nacht achso hm bei mir ist noch Nacht ok ja ich dachte du meinst es werde Licht dass es Tag wird noch nett wir bauen jetzt noch wir bauen jetzt noch wenn wir ein bisschen weiter wenn wir unser haupthaus fertig haben hab ich Bock so eine automatische Hühnerfarm zu bauen eine automatische Hühnerfarm und gucken wie lange wir überhaupt fürs Haus brauchen ganz schön schräg ganz schön schräg ganz schön schräg ja ja erstaunlich aber die waren wir von jetzt aus gerade ja auch können wir machen gucken wo wir hinkommen beziehungsweise wir müssen ja eh nicht 3 hoch machen oder so wobei machen wir doch so viel Steine Gold wär gut Licht wär gut kriegst du gleich warte ähm Schaufel ist auch gut was kann man eigentlich mit Federn machen 6 Rumpfedern so für Pfeile oder ne Brauch jemand noch 2 Fleisch? ich hab noch 2 über noch nicht noch nicht aber behalte es mal für da geht Licht 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 hörst du das? it's a monster siehst du das überall und das ist Stein Stein was ist das dann was ist denn das? das könnte Kies sein Kies werden dann lassen es da was ist ja aber eigentlich ne des Kies ist müsste es runter kommen ja dann dann Lass es raus und da was ist gucken ob wir überhaupt irgendwo raus kommen dann irgendwann direkt über uns ist schon wieder die Welt bitte was? ja das wenn wir noch ein zwei Felder höher gehen wenn ein Schiffel kaputt geht ja ich sehs grad das ist jetzt ein bisschen blöd das war meine letzte wir finden nichts wollen wir noch mal weiter nach unten oder? oh ja dann runden na gut oh sorry danke jetzt habe ich fast tot top echt? kann man irgendwie sein Leben auffüllen ich habe nur noch ein Herz ja essen achso man kriegt nur Leben die Sonne geht auf die Sonne geht auf Freunde also wieder Holzfarm ok ok ich bin grad am Wolle farm wir betten ok ich habe auch eine eine Wolle ich habe 10 ok ich habe nichts gesagt ich habe 0 ah hier sind noch mehr Schafe ja das öde ist weil wir müssen die ganzen Schafe töten weil wir noch keine Schere haben weiß ich schon deswegen müssen wir irgendwann mal anfangen neue zu züchten wie macht man nochmal eine Schere? aus Eisen Züchterei hier ok wo bist du Veggie? auf dem großen Berg dem großen Berg hin bei unserem Haus ja da gibt es nur gerade so ein Zombie äh ein Skelett verbrennt ja ich habe gerade eins vermöbelt hä? da sind doch gar keine Bäume ja ich bin ja auch am Farm am Wolle Farm sorry ja dann äh Skrillex das wieder Bäume oder? aber ich mach Bäume ja ich habe immer noch genug Holz na gut ich hole trotzdem ein bisschen Holz ein bisschen Holz guck mal aus dem großen Berg was ist das denn? ist das hässlich ja das Skelett verbrennt wieder nicht sorry das Spiel ist gerade abgestürzt aber wir machen ganz normal weiter war ein bisschen Fell jetzt aber passt schon äh wie macht man noch mal eine Truhe? hm Truhe? keine Ahnung schon so lange her Batchi wie macht man eine Truhe? ach habsa ja hat sie ne ne kuh und die macht wo? oh wir haben drei Betten Aki stark mal rein schön gleich da geht ihr dann das ist ja noch nicht ja wie sogar das Drecks wie durchs was zum hier ist Glas im Ofen ja weiß ich zeig in den Essen Martin ist ja unten Walross oder was macht hier so laute Geräusche alter was die Kuh ey ja ja ne jörg die tür habe ich zufällig gerade in die truhe gemacht mit so ein doppel ja ich muss auf die andere seite okay wo sie werden können hast du jetzt aufgesammelt die muss hier so nach außen nicht nach innen wo sie werkbank ist dahinter oder wenn ich aufgesammelt wir müssen machen panoramadach anorama doch hat nein das war ich noch nicht möchte ich weiß ja nicht die höhe das ist ja auch noch mal weg welche du siehst jetzt cool aus habe ich meine skin ja das ist die klugiger beim schwert wird die grundigenz lieben heute na gut okay ein bisschen höher bauen oder noch größer machen was sie ein bisschen klein für ein haus oder die höhle drunter also was wir machen jetzt erst das rohbau und dann noch größer und ausschmücken so ein bisschen also leute nicht erschrecken was wir hier gerade bauen das alles nur rohbau wir haben noch nicht dekoriert aber auch ein bisschen noch im keller und wir machen wer macht er jetzt ein dach ich machen doch so tief du wirst ja okay ist viel zu tief ist ja cool wir sehen nix okay ist erst ein bisschen tief machen wir jetzt höher alles nochmal weg und ich hab wieder nicht mitgedacht oder was ja dach ist weg so Also, okay. Schon komisch mit dem verschiedenfarbigen Holz. Ah, ne, doch nicht. Doch, ist angepisstes Holz hier. Ah, Nasensholz. Cool. Na gut, ich würde erst mal wieder sagen, wir beenden jetzt hier auch mal den zweiten Part. Schon 20 Minuten vorbei? Ja. 20 Minuten schon vorbei? Ja. Was? Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ciao.